Ja, hallo und willkommen zurück zu diesem Let's Play Klassenquest des Jedi-Ritters. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf Nar Shaddaa, auf der Bling-Bling-Belt. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben hier? Ich schaue mal nach, wir sind jetzt in der Kantine. Äh, die Suche nach Agent Galen. Ähm, ah, nach unseren Zwillingen. Begebt dich in den SED-Unterschlupf. Das machen wir jetzt. Was machst du denn da oben hier, hä? Kira, willst du tanzen oder was? Das ist aber nett von dir. Ja, dann komm mal mit. Dann komm mal aus auf Satteln hier. So, das soll ja irgendwo hier, ähm, versteckt sein. Guck mal kurz auf der Map. Ah, da vorne seht ihr das? Da müssen wir hin. Wir nehmen mal den direkten Weg. So schnell stirbt niemand. Irgendwie ziemlich leer hier. Seht ihr das? Eine Kantine, die nicht genutzt wird. Sehr verdächtig. Keine Gäste. Das ist schon der zweite Feldagent, der sich nicht mehr meldet. Unser Netzwerk wird angegriffen. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass Agent Galen gefangen genommen wurde. Er verrät dem Feind unserer Schwachstellen. Ruft Alarmstufe Omega für alle Feldagenten aus. Wenn ihr euch dann besser fühlt. Mal sehen, wie viele sich melden. Der Jedi, der Wächter 1 ausgeschaltet hat. Ich bin froh, euch hier zu sehen. Ich bin Chief Rikan. Ich wünschte, ich hätte bessere Neuigkeiten. Wir tappen derzeit völlig im Dunkeln. Licht ins Dunkel zu bringen, ist mein Spezialgebiet. Ich sage euch, was ich weiß. Agent Galen kam her, um eine streng geheime Operation zu sichern. Etwas, das selbst vor uns geheim gehalten wurde. Galen verschwand im Nikto-Sektor auf der Suche nach einem Kontakt. Wenigstens hinterließ er eine Spur, der wir folgen können. Das ist doch ein Anfang. Wo finde ich diese Spur? Galen hinterließ verschlüsselte Fortschrittsberichte in SID-Geheimfächern im gesamten Nikto-Sektor. Das Gebiet ist jedoch zu gefährlich geworden. Ich musste meine Agenten dort abziehen. Wenn ihr die Berichte wollt, müsst ihr allein dorthin. Na, ein Glück. Ich hatte schon befürchtet, dass es zu einfach würde. Ich habe Alarmstufe Omega ausgerufen. Nur die Hälfte unserer Feldagenten hat geantwortet. Ich sag's euch, wir wurden verraten. Wir müssen das Hauptquartier verlegen, bevor es zu spät ist. Vielleicht will der Feind euch ins Freie treiben, um euch leichter erledigen zu können. Fliehen und neu sammeln ist jedenfalls besser, als auf den Tod zu warten. Eine Evakuierung des Gebäudes kommt überhaupt nicht in Frage. Hier drin sind wir sicher. Und wir haben eine Mission zu erfüllen. Ich habe die Positionen von Agent Galens Geheimfächern markiert. Ladet seine Berichte auf euren Holo herunter und kontaktiert mich. Ich werde sie entschlüsseln. Besorgen wir uns ein paar Antworten. Viel Glück. Genau das werden wir tun. Warte mal, wir müssen wieder zurück. Oh. Jetzt sind auf einmal Kunden da. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Okay, warte mal. Lade. Gfb4, C7 und R1 herunter. Mal gucken, wo wir das finden. Wahrscheinlich müssen wir hier weg. Erstmal da hin. Zur oberen Promenade. Okay, machen wir das. Ich vermute mal, wir müssen... Zu einem anderen Plattformen, zu der hier. Okay. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Offenthalt. Ja, danke schön. Werden wir haben. Ja, danke schön. Wke嗎? Ja, danke schön. Jetzt intentione ich mir zusammenруe. so schnell stirbt niemand das denke ich auch warte mal eben kurz überblick verschaffen also wir sind da 123 ok scheint doch recht simpel zu sein aber wahrscheinlich ist der wieg gespickt mit gegnern wäre sonst so einfach geht hier schon los also einer war irgendwie geradeaus hier gerade gewesen hier bei dieser telefonzelle wie einfach keine sorgen dann da drüben auch gar nichts weiter weg unbewacht sehr schön so weiter ein haben wir noch was ist das leuchtet das aber warte mal wie kommen wir denn hier weiter oder ist es da lang warte mal schon auf die map ja da müssen wir durch gucken wir mal wir müssen nur schnell genug sein geschafft bevor die uns irgendwie mit einem special schuss treffen können weg sein weil durch die wände können die auch nicht schießen dann können die uns nicht runter hauen vom reittier da ist die letzte telefonzelle und die ist ein wenig gesichert da kommen wir jetzt nicht so ohne weiteres durch also nehmen wir uns mal die koppelte vorne vor das sieht doch tauffrisch gut aus ja wunderbar und da liegt was rum hier ja das sammeln wir mal ein direkt vor der nase ich denke das auch noch in kira mach mal eben gut wo 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 hier wieder hin und annehmen Chief Rikan, ich habe sämtliche verschlüsselte Nachrichten von Agent Galen heruntergeladen. Tod. Die Superwachendaten sind verschwunden. Keine Hinweise auf den Ort der Hauptanlage. Aber es gab Hinweise auf ein Rekrutierungszentrum in der Nähe. Das Projekt nutzte Flüchtlinge als Testsubjekte. Das Rekrutierungszentrum ist meine beste Spur zur Hauptanlage. Ich werde es aufsuchen. Ich hinterlasse die Koordinaten des Zentrums für den Fall, dass etwas passiert. Galen Ende. Ganz schön mutig, allein da reinzugehen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass der Feind unser Waffenprojekt gestohlen hat oder dass wir mit Flüchtlingen experimentiert haben. Die Sith haben das Superwachenprojekt gestohlen. Ich muss es zurückholen. Ein blinder Angriff ist riskant, aber wir haben keine andere Wahl. Agent Galen oder wer auch immer ihn gefangen hält, hält den Schlüssel zur Bergung des Superwachenprojekts. Die Spur führt direkt zum Rekrutierungszentrum. Ihr müsst dort eindringen und herausfinden, was vorgefallen ist. Viel Glück. Rika am Ende. Oh, das werden wir schon schaffen. Da müssen wir nicht hin. So, wir müssen jetzt da hin. Schade, wenn wir jetzt hier hingegangen und dann da hingegangen. Naja, man kann nicht immer alles haben, ne? Sind wir überhaupt hier richtig? Ich rette einfach mal los hier. Irgendwie sind wir ver... Na gut. So oder so kommen wir da hin, also... Nein. Wir sind ja nicht hier fest gerade. Wie sagt man so schön, alle Wege führen nach oben, ne? Kommen wir jetzt nur von der anderen Seite. Oh, warte mal. Wo lang müssen wir jetzt genau? Ach, da vorne müssen wir rein. Okay. So schnell stirbt niemand. Ich siege die imperialen Schocktruppen. Ja. Der ist nicht doch gut. Alles ist gut. Ich bin hier, um zu helfen. Chief Rikan, das Rekrutierungszentrum war voller Imperialer. Keine Spur von Agent Galen, aber ich konnte einige Flüchtlinge befreien. Die Leute haben sich freiwillig als Testsubjekte gemeldet. Das Imperium hat ihre Heimatwelten gestohlen. Sie warten nur auf eine Chance zur Vergeltung. Über die Jahre haben sich hunderte von Freiwilligen für die Superwachen-Experimente gemeldet. Sie alle sind Helden. Wie viele Superwachen gibt es und wie sind sie? Diese Informationen sind mir nicht zugänglich. Aber sie sollen unglaublich sein. Sogar stärker als ein Jedi. Ich weiß nicht, wie das Imperium uns gefunden hat. Aber sie kontrollieren jetzt das gesamte Projekt. Ein republikanischer Agent namens Galen kam hier. Was ist ihm zugestoßen? Sie haben ihn gefangen genommen. Ihr Anführer wollte ihn lebend haben. Die Imperialen verschleppen Leute für Tests ins Hauptlabor. Es befindet sich irgendwo im Rotlichtsektor. Aber die genaue Position kenne ich nicht. Das ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete auf ganz Nahshadar. Wir werden das Labor niemals finden. Ich habe gehört, dass es das einzige Gebäude mit eigenem Energiereaktor ist. Hilft das? Absolut. Kontaktiert mich, wenn ihr im Rotlichtsektor eintrefft. Ich habe einen Plan. Rikan Ende. Ich bringe diese Freiwilligen in Sicherheit. Ich hoffe, ihr tötet jeden Einzelnen dieser Imperialen. Level 31. Sehr fein, sehr fein. Das Ding müsste schlechter sein, wie das, was ich habe. Äh, ja. Okay. So, erst mal wieder raus hier. Wo ist denn der Ausgang da? Rotlichtsektor. Ai, 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 ai. Da muss ich auf Kira wieder aufpassen hier. Ai, ai, ai. So, Kira. Vorsichtig jetzt. Rotlichtsektor. So, nein. Dass du mir nicht abhanden kommst. Schön bei mir bleiben. So, wir müssen erst einmal zum Taxi-Stand. Und dann fliegen wir dahin. So, da können wir sicherlich noch schnell was reparieren und verkaufen. So, das sieht doch gut aus. Alles weg damit brauchen wir das nicht. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ah, hier. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Danke. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok, weiter geht's. Rotlichtsektor, Purpurstraße. So, links nach rechts. Nach links. Lass uns einmal wieder schauen. Ah ne, wir müssen noch ein bisschen weiter. Hier um die Ecke seht ihr das? Erst einmal da und dann komplett um die Ecke rum. Aber hier braucht noch ne Quest, oder nicht? Da 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 da. Da.